Heute ist das Finale von Stadtland Talent 2021 und wir schauen uns, was die Talente so 1-2 Stunden vor der Show alles proben und machen. So, wir schauen uns, ob Michelle ist. Sie sollte im Gesangsunterricht sein mit Tanja. Mal schauen, ob wir sie verwitschen. Hallo, Michelle! Können wir schnell reinkommen und schauen? Ja, habt ihr schon angefangen? Ja, wir sind gerade ein bisschen am Visionieren von der Probe, von der wir schauen, um das zu spüren. Wie ist das mit der Kamera natürlich und nicht nur der Gesang? Und wie nervös bist du, Michelle? Kannst du noch schlafen oder bist du schon so nervös, dass du nicht mehr schlafen kannst? Schlafen kann ich schon länger nicht mehr so gut, seitdem ich weiss, dass du ins Finale gekommen bist. So eine Sache mit dem Schlafen, ja. Das ist die Garderobe von Tiefner, die vom Appenzell. Jetzt gehen wir sie gleich mal überraschen. Hallo! Was machst du da, wenn niemand rum ist? Bereit zu schlafen. Also ja, Tiefnergruß versteckt sich gerne auch in der Hülle. Sind ihr schon am Proben? Also ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Hackbrett stimmen. Vorher waren wir auf der Bühne und weil es jetzt ein wenig wärmer war, ist es im Ton schon wieder ein wenig kalt. Und jetzt müssen wir uns schon wieder ein wenig lopfen und ein wenig nachstimmen, ja. So, da vorne sehe ich gerade die Blackouts, sie sind gemütlich am Käffeln. Mal schauen, ob sie wirklich proben. Sie sehen alle recht gelassen aus. Seht ihr es auch? Jetzt gerade schon noch, ja. Wann bist du es nicht mehr? Ja, sobald die Sendung live geht, ist die Nervosität spätestens da. Super, dann macht ihr besser ein wenig Kaffeepause, damit ihr auch am Finale mögt. Hoi Rikki! Wie geht's dir? Sehr gut, danke vielmals. Ich habe gerade die Probe gehabt. Das war mega cool, muss ich sagen. Ich bin mega zufrieden und das Lied ist so emotional und ich liebe das Lied über alles. Und ich glaube, das wird super kommen. Also ich bin richtig, wirklich, das ist so schön alles. Hast du das mal eine Ballade oder etwas Rockigeres? Lernt euch überraschen, aber es wird viele Emotionen beinhalten. Also ich will auch kühlen sehen. Du tanzest da? Kannst du mir sagen, was ihr heute macht? Was wir heute machen? Wir machen ganz viele verschiedene Nummern. Wir sind so ein bisschen Supporting, Dekoration und wir tanzen, wir introducen und mega tolle Bühnenbilder. Also uns macht es mega Spass. Und sitzt dein Kostüm? Perfekt. Das meint ihr? Perfekt. Wir sind jetzt hier, wo sich alle vorbereiten. Hier in den Garderauben und hier sehen wir ein paar von Dissi Dissi. Hallo zusammen! Hier ist die Pissi Crew. Hier haben wir noch die Blackouts, die sich vorbereiten. Hallo zusammen! Ich empfiehre euch jetzt schnell den Jüngsten der Gruppe. Das ist der Dennis, oder? Willst du schnell mitkommen? Ja. Es passiert nichts Schlimmes? Ja. Was hast du da Schönes an? Das ist mein tschechisches Prager Kostüm. Und ja, ich habe geboren in der tschechischen Republik, also ich habe tschechisches Kostüm. Das ist mega schön. Jetzt machen wir etwas Dennis. Wenn ihr gewinnt am Final, dann machen wir jetzt zusammen einen Gruesse, den wir machen, wenn du gewinnt hast. Schön. So einen. Muss man es vorhin machen? Nein, wir müssen etwas mehr machen. Pfiuh. Machen wir den. Also. boo. Bye! Bitte. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020